Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ich heute das erste Mal mit dieser Methode ein Video produzieren kann, also Live-Video. Und das Thema heute lautet, ganz wichtiges Thema, der Chemie, der allgemeinen Chemie, aber auch der anorganischen oder organischen Säuren. Säuren. Säure hat in seinem Leben irgendwann schon jemand mal gehört. Oder du bist sauer, hat übrigens auch was damit zu tun. So, Publikum haben wir da, ist nicht so weichhaltig erschienen, aber wir wollen es ein bisschen einbeziehen, damit es nicht so langweilig ist. Ja, sag uns doch mal, Lena, welche Säure kennst du denn aus deinem Leben? Säure Bärchen. Ha, Lena ist gut. Und jetzt notieren wir gleich mal, das ist nämlich ganz wichtig. Das ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Säure, die wir überhaupt brauchen in der ganzen Betrachtung. Da sagt die Lena Salze, da sagt die Glattsalzsäure. Naja. So. Noch eine Säure. Jetzt fragen wir doch mal unseren Jens. Ähm, ich nehme meine LB-Tage. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com shop ped金izeaire. Pufatutor.com Kurias semi eight year K Euro Euro